Ah, so ne Scheiße. Okay, so geht's auch raus. Ich muss hier dringend ausleuchten, ehrlich mal. Hier spawnen die ganzen Zombies und Creeper und sonst was. Weil die Zombies sind ja nicht so schlimm, aber die ganzen Creeper, jetzt haben die schon wieder das Haus zerstört, oder? Ja, wenigstens nicht das Glas, ne? Das ist aber auch praktisch. So. Da unten können sie ja nicht spawnen, ne? Hier ist ja überall, aber hier müsste man. Ich möchte mal ausleuchten. Und hier jetzt auch logischerweise, weil das ist ja jetzt alles zerstört. So. Okay, hier komme ich gerade gar nicht raus. Oh, das Feld hat er auch mit hier rissen, Mensch. Ach, wie scheiße. So, ein Redstone packen wir mal weg. Das brauchen wir mal. Jetzt muss ich, ich fliege erstmal das Haus hier wieder. Wartet mal. Und das Feld. So. Ich glaube, dafür reicht die Erde gar nicht. Kann das sein? Tatsächlich. Eine Erde fehlt. Warte mal. Kommt ein D da hin? Ach, das war bestimmt ein Enderman. Der hat bestimmt die Erde da hingepackt. Oh. Fehlt auch noch Erde und... Naja. Ich gehe mal ganz kurz pennen. Wartet mal. Und da fehlen jetzt noch die Druckplatten. Verdammt. Was mache ich denn nur? Dass diese Creeper auch immer explodieren müssen. Ich meine, da... Kam ich aber auch gerade sehr schlecht weg. Das war auch sehr ungünstig. Gerade. Warum ist eigentlich die Tür hier auf? So. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, gehen beide auf. Wunderbar. Oh Gott. Ich habe schon wieder die Erde vergessen. Fail. Erde und Steine brauche ich. Steine sind hier. Die hier. Mache ich einmal. Und dann noch ein bisschen Erde. Warte. Hier ist nochmal Erde. Nimm ich mal so ein Stack mit. Kann ich in der Höhle nachher auch gut gebrauchen. So, jetzt sind wir einmal voll. Praktisch. So. Okay. So, das Haus dürfte jetzt wieder in Ordnung sein. Hier müssen nur noch... Kurz. Und da fehlt noch Kies jetzt wieder. Da habe ich jetzt gerade Kies dabei. Ne, natürlich nicht. Was auch sehr praktisch ist. Hier muss ich das Feld nochmal flicken. Ich hasse diese Creeper, ey. Ich muss mal irgendwas machen, damit die nicht immer explodieren. Nein, da muss es doch irgendeine Lösung dafür geben. Äh, was wollte ich denn jetzt? Sag es mir. Kies wollte ich jetzt. Eins, zwei wollte ich mitnehmen. So. Das wollte ich wieder reinpacken. Ähm, das hier wollte ich wieder da reinpacken. Die Samenmatte. Da wollte ich mir welche mitnehmen. Sonst wird das wahrscheinlich nicht reichen. Und ich brauche eine Hoh, eine Hoh, eine Hoh. Hier die. Eisene Feldhacke. Und dann mache ich das Feld wieder ganz. So. Was für ein Mist aber auch. Ups. So. Und jetzt einmal hier. Okay. Und einmal hier. So. Wunderbar. Hier müsste ich eigentlich auch nochmal irgendwann weiterbauen. Hier muss ich ja das gleiche nochmal machen mit den Türen, ne? Ähm. Hallo, weiter. Weiter. Ja. Jetzt hat es gerade wirklich extrem gehangen. Und ich weiß nicht warum. Hm. Keine Ahnung. Das habe ich manchmal, nicht sehr oft, aber manchmal. Schon wieder nicht geguckt, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Oh. Wie schlau. So. Okay. Also, was kommt jetzt wo rein? Erde wollte ich mitnehmen. Die Samen packe ich mal wieder weg. Auch wenn es nur neun sind. Die Feldhacke packe ich mal wieder weg. Die Knochen kann ich ja mitnehmen. Die werde ich in der Höhle wahrscheinlich sowieso noch irgendwann kriegen. Ähm. So. Jetzt gehe ich einmal hier durch. Achso. Ich wollte gerade das Inventar öffnen. Das geht natürlich nicht da. Im Dings. Ähm. Was macht denn das Ding da? Irgendwie so esse ich schon wieder fast das Mikrofon auf. Naja. So. Warum rückelt das hier so? Sag mir das mal einer. Hier im Nefer vor allem extrem. Also wirklich extrem hier. Seht ihr? Jetzt? Na gut. Jetzt nicht. Aber eben gerade. So. Hm. Lecker Mikrofon. Ne? Äh. Äh. So. Ich versuche mal einmal hier lang zu laufen. Ohne dass es groß ruckelt. Ja. Die Hoffnung dass es funktioniert. Aber offensichtlich ist sie vergebens. Warum ruckelt das eigentlich so? So. Jetzt sind wir hier schon auf der Seite. Am anderen Portal. Ach. Was habe ich vergessen? Warte. Vergessen Schilder zu machen. Die wollte ich auf jeden Fall noch machen. Äh. Lauf ich jetzt wieder zurück? Ach scheiße. Ich glaube ich hol's hier ein paar Bäume ab. Dann kann ich da noch ein paar Schilder machen. Mache ich mir hier eine kleine Basis. Hier ist ja auch schon Holz. Was macht denn das hier? Das muss wieder weg. So. Aber den Baum haue ich trotzdem mal weg. Hier. Dann habe ich wieder Holz. So. Und ein Setzling. Naja. Das bringt mir jetzt nicht viel. Äh. Dann beug hier mal kurz eine Basis. Hier ging es ja runter. Ne? Genau. Ne kleine Basis eigentlich. Naja. So. Das ist eine Basis. Ein Crafting Table. Ne komm. So. Ich muss jetzt einmal kurz. Ähm. Einmal so. Aus den Eichenholzbritern mal das machen. Machen wir so. Nett. So. Und dann mache ich gleich fünf. Ne. Ich mache mal zwölf Stück. Das sollte erstmal reichen. Bleibt wieder ein so Ding übrig. Weil ich muss mir nämlich irgendwie markieren. Wo ich wieder nach Hause komme. So. Was ich noch machen muss. Einmal das. Und einmal das. Dann habe ich wieder ein besseres Schwert. So. Okay. Und jetzt hier einmal runter. Und den Crafting Table hatte ich ja mitgenommen. Genau. Ja. Genau. Okay. Okay. So. Hier stoßen wir uns wieder 10.000 mal den Kopf. So. Hier ging es nicht weiter. Hier ist noch Kohle. Fangen wir doch damit mal an. Und das kommt mal weg. Fangen wir mal mit der Kohle an. Die einfach mal abbauen. So. Spitzhack ist auch gleich kaputt wahrscheinlich. So. Kohle. 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 Viel zu viel Kohle eigentlich. Naja. Aber ich muss ja noch so viele Steine da einschmelzen und so. Da brauche ich ja viel Kohle. So. Und jetzt komme ich da natürlich nicht mehr hoch. Was ja auch sehr toll ist. Ich nehme das mal so. Okay. Und das hier kann eigentlich auch weg. Mache ich hier mal ein Schild dran. So. Das ist der. Die Pfeile weisen dann alle zum Ausgang. So. Und. Ja. Hier ging es erstmal. Ich gehe mal hier erstmal runter. Mal sehen wo wir da hinkommen. Ach ja. Hier waren wir doch irgendwie so. Irgendwie ging es hier doch im Kreis. Und irgendwo war ein Minenschacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ist noch mehr Kohle. Kohle, 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 Kohle. Bitte nicht. Ich bin gerade erschrocken vor dieser zerbrochenen Spitzhacke. Verdammt nochmal. Au. So. Okay. Und was ich auch vergessen habe natürlich. Ach. Einen Eimer. Ich wollte einen Eimer machen. Für. Dings. Okay. Weißt du was? Ich. Guck mal kurz. Ob ich Eisen finde. Und dann mache ich mir nochmal schnell hier einen Eimer. Sonst laufe ich ja so ewig weit. Weil hier nämlich überall Lava ist. Wisst ihr deswegen? Da ist ein Eimer Wasser schon ganz praktisch. Wo war denn der Minenschacht? Ich hatte doch hier einen gesehen. Da sind nur zwei Creeper. Was auch sehr praktisch ist. So. Sie sind aber schlau. Die fallen nicht runter. Hier ist der. War noch irgendwo. Wo war denn der Minenschacht? Ich hatte doch einen gesehen. Oder bilde ich mir das ein? Ne. Glaube ich nicht, dass ich mir das einbilde. Ich hatte auf jeden Fall einen gesehen. Hier geht es auch nochmal weiter. Da hinten ist ein Skelett. Hallo Skelett. Wozu habe ich eigentlich den Bogen? Ich weiß es nicht. Wenn ich ihn eh nicht benutze. Ja vielleicht. Jetzt habe ich mich schon wieder halb verlaufen. Ich hatte doch einen Minenschacht gesehen. Der muss doch hier irgendwo sein. Sackgasse. Wunderbar. Eisen ist hier oben. Pflastersteine brauchen wir auch noch ein paar. Und dann können wir uns. Ich würde mal sagen. Dann können wir uns hier irgendwo mal eine Basis. Wo war denn das Eisen gerade? Hier war das Eisen. Wo laufe ich denn da hin eh? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Eisen. Mehr ist da nicht. Gut. Und hier ist auch nochmal Eisen. Da nicht, ne? Ne. Gut. Hier ist noch Gold. Habe ich auch mal mit. Also wir sind hier noch ziemlich am Anfang. Also das werde ich hoffentlich nochmal wiederfinden. Wenn ich mir zufällig sterbe oder so. Was ich nicht hoffe. Auf jeden Fall brauche ich gerade mal einen Eimer. So. Und ich mache hier mal irgendwie eine Basis. Moment. Die besteht praktischerweise jetzt anscheinend nur aus. Alter, das brauche ich gar nicht so. Sondern. Ich wollte mal den hier. Den brauche ich einmal. Und hier futter ich gerade mal. Ich buddel mich mal hier rein. Komm. So eine ganz, ganz winzige Basis. Das reicht eigentlich schon in der Größe, oder? Hier auch nochmal weg. So. Dann stellen wir mal eine Fackel auf. Und das haben wir einmal weg. Und das nochmal weg. Und kommt hier der Crafting Table rein. Hups. Und in dem Crafting Table machen wir mal einen Ofen. So. Und in den Ofen mal einmal Kohle rein. Und einmal Eisenerz. Und dann haben wir gleich. Können wir uns gleich einen Eimer machen. So. Und was ich noch mache. Eine Tür. Warum habe ich denn drei Stacks gemacht. Aus den paar Dings, die da sind. So. Hier ist. Warte, alles sicher. Hier müsste ich vielleicht auch nochmal das besser markieren. So. Hier kann ich mal die Kohle mit. Mit der Axt natürlich. Mit der Spitzhacke. Was mache ich denn da? Die Kohle mal wieder mitnehmen. So. Wie viel Kohle das hier ist, ey. Ich komme da gar nicht an. Da oben. Nicht mehr so richtig, ne? Ne. Ach. Was ist denn das hier schon wieder? Skeletti. Okay. Hier ist was? Ach. Da unten ist so ein komischer. Was ist das denn? So. Das ist etwa. Ist das etwa ein neuer. Neuer Skin für so ein Dings? Wie heißt der? Na, na. Sag. Hier. Ähm. Jetzt habe ich mich schon wieder fast verlaufen. Hier muss ich wieder lang. So. Hier einmal nochmal Kohle abbauen. Ups. Das war nix. Da kriege ich auch nochmal EP für. Ich weiß gar nicht viel. Was kriegt man denn heutzutage? Keine EP mehr. Ist ja echt schlimm. Fast schon. Weil man braucht es ja für zwei Zauberungen. Und naja. Hm. So. Hier dürfte jetzt inzwischen Eisen fertig sein. Jep. Acht Eisen sind fertig. Dafür kriege ich auch EP. Warte ich nochmal anmerken. So. Ein Eimer. Einer sollte erstmal reichen. So. Ach. Hier könnte ich ja noch eine Truhe hin. Bauen. Moment. Ich habe zu wenig Platz im Inventar. Die Axt kann ich eigentlich schon mal rauspacken. So. In der Hoffnung, dass das Ganze funktioniert. So. Und Wasser brauche ich natürlich auch noch. Das müsste ja auch irgendwo sein. Gerade mal gucken, ob ich hier irgendwo Wasser finde. Warte mal kurz. So. Guck mal. Gucke mal an. Da finden wir schon Wasser. So. Und fackeln einmal. Da ist noch mehr Wasser. Da geht es ja auch noch hoch. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich baue mal ganz kurz hier nochmal das Eisen ab. So. Okay. Und hier ist noch mehr Eisen. Das kommt auch mal weg. So. Und hier ist auch nochmal Eisen. Äh. Und hier geht es noch runter. Warte mal. Genau. Hier war ja. Was war hier? Hier ist Redstone. Oh Gott. Das ist schon wieder ein Skelett. Ach da. Hier sind wir jetzt hier unten. Warte mal. Warte. Das ist noch ein Skelett. Sag mal. Wo kommen die denn alle her? Wo sind wir denn jetzt hier? Ach da ist was? Warte mal. So geht das? So. Das war nämlich die Intention da hinter Wasser mitzudem. Äh. Und hier vielleicht auch nochmal. Oh. Ups. Spinne. Nicht gut. Hilfe. So. Jetzt ist die abgetrieben erstmal. Also nach unten. Musst du hoch. Na komm. Wo kommen denn diese ganzen Mobs alle immer her? Das ist ja schlimm. Ach. Ach. Hier geht es ja auch nochmal weiter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Erstmal futtern. Hier muss ich mir meinen Weg nach oben irgendwie. Das hat ja wunderbar geklappt. Nach oben irgendwie graben. Hier ist nochmal Redstone. Den muss ich auch mitnehmen. Weil deswegen bin ich ja eigentlich hier wegen Redstone. So. Okay. Noch mehr Redstone. Mehr ist da nicht. Hier ist eine Sackgasse. Da leuchte ich auch nochmal aus. So. Jetzt irgendwie ein Weg nach oben. Warte mal. So. Okay. Irgendwo war doch hier eine Schlucht. Sag mal. Wo war denn die? So. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier geht es ja überall hin. Das ist ja schlimm. Ich hatte eigentlich die Schilder gemacht, um in Richtung Ausgang zu leuchten. Äh. Zu. Zu. Zu dingsen. Apropos. Wo ist der überhaupt? Na toll. Hier geht es auch nochmal weiter. Na praktisch. Aber hier war ich glaube ich schon, oder? Ne. Doch, ich glaube nicht. Doch. Von hier bin ich glaube ich gekommen, ne? Kann das sein? Ja. Okay. Dann muss ich da unten ein Schild anbringen, dass es hier Richtung Ausgang geht. Warte. Und hier vielleicht auch nochmal ein Schild, weil hier ging es ja auch Richtung Ausgang, ne? Irgendwie. Ja. Hier war doch unsere Basis. Okay. 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 Ups. Dann. So. Ich hoffe das Schild sehe ich dann bloß auch noch irgendwann. So. Und hier packe ich mal die ganzen Sachen, die wir gesammelt haben, mal rein. Ach, das muss ich auch nicht mitschleppen. Die Kohle packe ich mal rein. Und dat, da und dat. So. Gut. Und dann jetzt einmal hier. Ne, da oben geht es nicht weiter. Da ist nur irgendwie Kohle nochmal. Moment. Da übrig geblieben. Wo ist er jetzt? Ich glaube, jetzt habe ich sie aufgesammelt. Gut. Ich wollte eigentlich in diese riesige Schlucht rein. Wo ist denn die? War doch hier irgendwo. Verdammt. Ich hatte die doch irgendwo gesehen. Vielleicht doch wieder zurück, oder? Ich glaube, ich muss wieder zurück. Ne, war ja echt riesig, diese Schlucht. So. Hier nicht, ne? Ne. Hier ist nochmal Kohle. Ja, ja. Kohle, Kohle, Kohle. Was kann man Spannendes beim Kohleabbauen erzählen? Ich hätte mir mal Gesprächsthemen bereitlegen sollen. Hm. Gesprächsthemen. Kohle abbauen. Hm. Kohle, Kohle. Oh. Na toll. Da geht es ja wieder hoch. Wo kommt man denn da raus? Ach, hier. Ach, hier kommt man raus. Okay. Äh, irgendwo war die Schlucht. Verdammt. Wo war denn die? Hier nicht, ne? Ne. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie mich verlaufen habe schon. Und wo ging es raus? Warte mal kurz. Ich habe weder den, 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 den Dingsten wiedergefunden, den Minenschacht, noch diese riesen Schlucht. Okay, ich glaube, ich habe die Schlucht wiedergefunden. Ähm, und jetzt brauche ich nur noch einen Weg nach da unten irgendwie. Ob ich es ohne zu sterben? Warte mal. Ich kann hier einmal so mal runterspringen und dann halt das erste Mal weg. Dann ist hier natürlich, ach, da hinten ist der Minenschacht. Gut, habe ich den auch gefunden. Mache ich hier einmal so.